herzlich willkommen zu einem video hier auf meinem kanal heute ist wieder mal keine neue runde boystars leider haben wir zum dritten mal in dieser series in der championship kein spiel und leider trifft es wieder den gleichen spieler zum zweiten mal es ist winz der auch dieses mal wieder nicht kann und das heißt aber auch für ihn jetzt das war's championship er verbrockt sich es damit selbst und hat selbst damit keine chance mehr ins achtet für alle einzuziehen und somit kann bleibt ohne zu spielen weiter kommen die runde ist im achtel finale und wird dort wieder auf stark oder meli treffen und das gleiche gibt es nur noch eine beinahe fach rein auf meli machte finale eins davon werden wir dann in einer woche mit durchsehen dass andere dann eine woche am freitag also 18 tagen 1 in zehn tagen ich freue mich drauf aber nur eben der kurze hinweis dass es eben kein spiel mehr geben den gruppe b gruppe c soweit ich weiß gibt es beide spiele da freue ich mich drauf und ich danke fürs einschalten oder wir sehen uns in gruppe c